Herzlich Willkommen zu einem neuen Thema in unserem Studium des Jakobusbriefes. Der heutige Titel heisst Sein und Tun. Und der Bibelvers, der zur Grundlage dieses Titels genommen wurde, ist der Vers aus Jakobus 1, 22. Da steht, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. So seid nun Täter des Wortes und nicht nur Hörer, die sich selbst betrügen. Wir haben gesehen, dass eines der größten Probleme des Menschen der Selbstbetrug ist. Er kennt sich nicht. Er weiß nicht, wer er ist. Und dadurch, dass der Mensch blind ist gegenüber sich selbst, kommt erst im eigenen Handeln die Erkenntnis über einen selbst. So muss ich also in eine Situation kommen, wo ich handeln muss, damit ich erkenne, aha, das bin ich. Sonst lebe ich in einem Selbstbetrug. Genauso wie der reiche Jüngling dachte, er hält das Gesetz. Dabei hielt er es gar nicht. Aber er hielt sich doch an den Buchstaben fest. Aber er war nicht Täter des Gesetzes, weil als Jesus ihn aufrief, es zu tun, da blockierte er, da blockierte er. Da war er nicht mehr in der Erfüllung des Gesetzes, sondern er war im Selbstbetrug. Und damit bewies Jesus dem reichen Jüngling und denen, die um ihn herstanden, wie schlimm es ist, ein Hörer des Wortes zu sein und eine gewisse Handlung zwar zu tun, die aber nicht die Erfüllung des Wortes ist. So, ich muss also in der Lage sein, mich nicht mehr selbst zu betrügen. Und der Mensch könnte meinen, ah, das kann ich, das ist alles klar, das ist kein Problem für mich. Aber in dem Moment, wo er getan wird, es zu tun, da kommt es hervor, wie viel er kann und wie viel er nicht kann. So, die Bibel, das Wort Gottes, muss auf eine praktische Ebene hinuntergebracht werden, in die Realität des Lebens. Sie darf nicht eine Illusion, eine Vorstellung sein, die mit dem Tun des Menschen nichts, nicht zusammenhängt. So, seid aber Täter des Wortes. Das heißt, wir müssen das Wort tun. Ansonsten sind wir Selbstbetrüger. Ansonsten leben wir in einer religiösen Scheinwelt wie der reiche Jüngling und er ist nicht der einzige. Laudizea lebt in derselben Scheinwelt. Oh, sie tun viele Werke, aber sie tun nicht das, was letztendlich das Gesetz verlangt. Sie tun nicht das, was den Charakter des Menschen ändert. Sie tun nicht das, was Liebe ist. Wenn sie nämlich aufgefordert werden, das zu tun, versagen sie kläglich. Deshalb bringt Gott in seiner großen Gnade uns in Schwierigkeiten. Er lässt es zu, damit wir zu Menschen werden, die ein klares Bild über sich selbst haben. Ich möchte diesen Gedanken, den wir letztes Mal besprochen haben, über die Versuchung, über die Anfechtung, kommt sie nun von Gott oder kommt sie nicht von Gott, noch einmal deutlich erklären, damit wir nicht durcheinander kommen. Wisst ihr, eines der größten, letztendlich für uns Menschen, Auseinandersetzungen ist, wie erkenne ich Gott? Wie ist er in meiner Sicht der Dinge? Dieses große Fragezeichen, das in diesem Universum ist, wie ist Gott? Ist der Punkt, an dem sich auch unser Schicksal entscheiden wird? Deshalb bringt uns der Jakobus hier in seinem Brief ein Bild von Gott. Eine Sache, die macht er völlig klar. Wir sollen uns freuen über die Anfechtung. Wir sollen uns freuen, dass wir in Schwierigkeiten kommen, weil sie etwas in uns bewirken. Aber er macht etwas klar und sagt, Gott ist nicht der, der euch versucht. Jetzt kommen wir natürlich ein wenig durcheinander, weil wir haben gesehen, ich habe versucht, letztes Mal das schon so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, aber ich habe den Eindruck, es ist noch ein wenig Erklärungsbedarf notwendig, dass wir verstehen, dass wir verstehen, den Zusammenhang, warum der Jakobus hier so absolut sagt, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Und dann sagt er im Vers 16, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. So der Irrtum muss weg aus unseren Köpfen. Der Irrtum muss weg aus unserem Leben, der denkt, dass in Gott etwas Böses ist. Er sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. So, jede gute Gabe kommt von Gott. Und das Ergebnis des Wirkens Gottes an unserem Leben ist, dass in uns die Frucht, der Charakter Gottes zum Vorschein kommt. Weil dieser Charakter muss deshalb ohne Mangel sein, er muss deshalb ganz und reif sein, weil er dem Ebenbilder Gottes entspricht. Makellos, rein, alles Gute kommt von Gott. Und der Mensch muss umgewandelt werden in dieses Ebenbild. Und das ganz praktisch. Deshalb darf niemand denken, dass Gott böse ist oder meint, er könnte versucht werden, etwas Böses zu tun. Lass uns das noch einmal ein wenig verdauen, was es bedeutet, dass Gott nicht versucht werden kann, etwas Böses zu tun. Das heißt, man kann ihn reizen, wie man will. Man kann tun gegen ihn, was man will. Er wird nie etwas tun können, was böse ist. Das ist eine Unmöglichkeit. Schaut, als dieses Fragezeichen hier im Universum entstand, als Satan Gott anklagte, er ist nicht gut. Er ist hinterlistig. Er verbirgt das Gute von seinen Geschöpfen. Als er diese Anklage vorbrachte, als er sich mit seiner ganzen Person gegen Gott letztendlich aufbäumte, da stellte sich diese Frage über Gott. Und würde Gott in einer einzigen Sache sich korrigieren müssen? Und dann hätte der Teufel recht. Müsste Gott an irgendeiner Stelle sagen, naja, das habe ich nicht gut genug überlegt. Und ich müsste das hier ein bisschen besser machen, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Dann wäre Gott nicht Gott. Und dann wäre er auch nicht vollkommen. Dann könnten der Jakobus und wir nicht sagen, alle Gute gaben. Alles Gute kommt von ihm. In ihm ist nur Licht. Es ist kein Wechsel von Schatten und Licht. In ihm ist keine Fensternis. Er hat uns gezeugt, damit wir in der Wahrheit stehen. Aus der Wahrheit heraus, wo keine Lüge ist. So hat er uns gemacht. So könnte man das nicht sagen. Und als dieses Fragezeichen auftrat, ist ein Gedanke, den möchte ich deutlich machen. Ging es nicht. Um Gott letztendlich. Ein Satan, einer, der Gott anklagt, kann Gott nichts tun. Niemand kann ihn versuchen zu bösen. Niemand kann etwas gegen ihn haben. Aber als das Fragezeichen da war, bemühte Gott sich nicht, um sich selbst besser darzustellen. Aber er bemühte sich, und das tut er bis heute, er bemüht sich, dass wir die Menschen, aber auch die anderen Geschöpfe, verstehen, dass er nicht böse sein kann. Weil sonst kann man kein absolutes Vertrauen haben. Stellt euch vor, Gott hat uns nur gut gemacht. Er hat, es ist nichts Böses in uns gewesen, als wir geschaffen wurden. Gott hat nie etwas Böses gemacht. Das Böse entstand, wie auch immer es entstand, es mag ein Geheimnis sein, wie es möglich war, aber nun ist es da, wir können es nicht leugnen. Und jetzt muss es aus unseren Köpfen wieder raus. Es muss wieder, wir müssen wieder verstehen, ist Gott jetzt Teil Böse und Teil Gut. Ist er ein Gemisch von Gut und Böse? Und hier brauchen wir eine absolute Klarheit und ein absolut gutes Verständnis seines Wesens. Weil wenn wir hier das Verständnis seines Wesens nicht haben, dass er ganz gut ist und dass er nicht versucht werden kann zum Bösen, dann macht es keinen Sinn, dass wir als Menschen, die wir ja ihm nachfolgen und wir sollen Erstlinge werden, seine Kreaturen, versucht werden vom Bösen und wir sollen dahin kommen, dass wir nicht mehr versucht werden vom Bösen und er soll diese Fähigkeit besitzen, versucht zu werden vom Bösen. Wir sind gefallen, aber wir müssen dahin kommen, dass wir Gott ähnlich sind, dass der Böse nichts mehr tun kann, um uns zum Bösen zu versuchen. Jesus sagte am Ende seines Wirkens, bevor er zum Kreuz ging, es kommt der Fürst dieser Welt, es kommt Satan auf mich zu, aber er findet nichts in mir, das auf seine Versuchung ansprechen würde. Es antwortet in meinem Herzen nichts mehr, weil das nichts ist, was mich zum Bösen überzeugen kann. So hieß es, widerstand jeder Versuchung, das Böse zu tun. Und wir als seine Nachfolger, die, die mit ihm auf dem Berg Zion stehen werden, das Lamm und um das Lamm, die 144.000, sie haben denselben Siegerungen. Das heißt, man konnte, man kann sie nicht mehr versuchen, zum Bösen. Es ist ausgeschlossen. Sie sind fertig, sie sind reif, sie sind gottähnlich. Deshalb ist es mir so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott nicht versucht werden kann zum Bösen. Er kann nichts Böses tun, genauso wie wir sein werden, wenn wir reif sind. Das Böse wird aus uns nicht mehr herauskommen. Wir haben eine sündige Natur, aber die göttliche Natur, die wir durch die Neugeburt, geboren von oben, durch die Wahrheit, wird so gewirkt haben, wie Christus das sagte, mit dem Gleichnis vom Sauerteig, bis der ganze Sauerteig voll ist, bis das Himmelreich wird, unser ganzes Leben völlig einnehmen und wir werden nicht mehr fähig sein, versucht zu werden zum Bösen. Weil wir jetzt mit Gott so verbunden sind, unsere Identität, nicht unsere Identität, wir, wie soll ich das ausdrücken, unser Einssein mit Gott im Charakter ist zum Abschluss gekommen. Wenn ein Mensch nicht mehr versucht werden kann zum Bösen, wenn sein Herz mit nichts mehr antwortet, der Versuchung etwas Böses zu tun, ganz egal in welchem Umstand, dann ist das Leben dieses Menschen fertig für die Ewigkeit. dann ist die Erfüllung bedingt, dann ist die Bedingung erfüllt, Entschuldigung, dann ist die Bedingung erfüllt für das ewige Leben. Das ewige Leben. Hätte Adam dieser Versuchung widerstanden, das Böse zu tun, wer hätte er das ewige Leben dafür bekommen? und nachdem die Phase des Testes weg war, nachdem er bestanden hätte, die Bewährung, wäre auch der Baum weggetan und Satan hätte ihn nicht mehr versuchen können. Das Böse hätte sich selber zerstört, hätte sich selber an den Rand gebracht, weil niemand wäre versucht worden zum Bösen. aber Adam fiel. Aber die Bedingung für das ewige Leben ist noch immer dieselbe. Die Fähigkeit, die Gottähnlichkeit, das Böse so zu hassen, so verabscheuend zu haben, dass es nicht mehr möglich ist, einen Menschen zu versuchen zu bösen, weil er jetzt so gewachsen ist, so reif geworden ist in der Wahrheit, dass die Lüge ihn mit nichts mehr betrügen kann. so das ist mir sehr wichtig, dass wir verstehen. Wenn Gott versucht werden kann zum Bösen, dann ist er nicht ein vollkommener Gott. Dann hätte Satan recht. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und seine Nachfolger Christus kam, um genau das zu beweisen, dass Gott nicht versucht werden kann zum Bösen und dass der Mensch, wenn er ewig leben will, genauso sein muss. Er muss sich völlig identifizieren mit dem Guten und mit der Wahrheit, damit er ewig leben kann. So lasst uns hinanschauen, warum kann Gott nicht versucht werden zum Bösen. Warum ist es unmöglich, dass man aus Gott eine einzige böse Tat herausholen kann. Lasst uns das noch einmal kurz durchgehen und ich schreibe die Punkte auf, damit sie uns nicht verloren gehen, damit sie uns für immer bleiben. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen zum Bösen. Weil er ist nicht böse. Das Böse ist das Gegenteil seiner Art. Aber warum nicht? Welches sind die Eigenschaften Gottes? er ist allmächtig. Gott ist allmächtig. Muss er sich vor irgendetwas fürchten? ich denke wer allmächtig ist hat null Furcht. Weder vor einer Anklage noch vor irgendetwas. So Gott fürchtet sich vor nichts. Das heißt als er angegriffen wurde, musste er sich wehren? Musste er etwas dagegen antun? Für sich? Gott muss sich nicht wehren. er muss in keinem Kampf stehen mit seinen Unterzahnen, weil er ist ja allmächtig. So braucht Gott etwas? Hat Gott Nöte? hat Gott Bedürfnisse? Gott hat keine Bedürfnisse. Gott gebraucht für sich selbst nichts. Es ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Gott hat keine Bedürfnisse. Er lebt aus sich selbst. Alles was er tut, tut er für die anderen. Er handelt zugunsten ist sein. Seine Geschöpfe. Deshalb braucht er nichts. Er braucht von seinen Geschöpfen Anbetung. Braucht er von denen, die er geschaffen hat, irgendetwas für sich. Die Antwort ist Nein. Ein absolutes Nein. Gott braucht von seinen Geschöpfen nichts. Alles, was er den Geschöpfen gibt, zu tun, brauchen die Geschöpfe selbst. Das heißt, Gott ist in einer Position als Gott, wo er selbstlos ist, woraus sich handelt, aber er handelt zugunsten der anderen. Als das Fragezeichen aufkommt im Universum, will er sich rechtfertigen um seinet Willen oder möchte er das Fragezeichen aus den Köpfen seiner Geschöpfe auslöschen um seinet Willen oder um der Geschöpfe Willen. Schafft er, damit er sich rechtfertigt, weil er einen Verlust hätte oder schafft er, damit die Geschöpfe für sich bestehen und in ihm in Einklang sind, weil sie es genauso wünschen, weil sie es genauso erkennen oder macht er etwas für sich. Gott tut nichts für sich. Er braucht es nicht. Er war vor uns da. Er war vor seinen Geschöpfen da. Er ist nicht von seinen Geschöpfen abhängig. Er könnte sie ja genauso gut alle vernichten und neu anfangen. Aber würde er das tun, dann müsste er sich ja korrigieren. dann müsste er etwas falsch gemacht haben und sagen okay, ich habe jetzt dieses Ding kaputt gemacht, jetzt mache ich es wieder neu und ich mache es besser das zweite machen. So ist Gott nicht. Gott muss sich nicht korrigieren. Er hat das Böse nicht gemacht, er hat das Fragezeichen nicht aufgebracht, aber das Fragezeichen bringt seine Geschöpfe in Gefahr und so will er ihnen helfen um ihret willen nicht um seinet willen. Er kann auch ohne die Geschöpfe er kann auch ohne sie er braucht sie nicht. So weil Gott selbstlos ist, ist er nicht versuchbar. Das heißt man kann ihn nicht provozieren das Böse zu tun. Er hat keine Bedürfnisse er hat keine ich sag jetzt mal wie wir gesehen haben im Menschen eine Not eine Lust Gott freut sich an all dem was er tut aber er hat nicht das Bedürfnis sich zu freuen wir Menschen haben das Bedürfnis von Freude wir Menschen haben das Bedürfnis nach Liebe wir Menschen haben das Bedürfnis nach Gerechtigkeit wir Menschen haben nicht einmal eine Wahl ob wir das wollen oder nicht aber Gott hat so ein Bedürfnis nicht er hat uns gemacht dass wir es haben weil wir können uns ja selber nicht befriedigen dieses Bedürfnis sonst wären wir ja auch Gott so Gott hat keine Bedürfnisse die ihm irgendjemand befriedigen soll alles was er tut tut er aus Selbstlosigkeit für seine Geschöpfe das ist wirklich was wir verstehen müssen auch wenn es unseren Verstand ein bisschen an die Grenze bringt weil wir gewohnt sind dass jeder alles tut für sich selbst deshalb bringt ja auch der Jakobus diesen Kontrast der sagt Gott kann nicht versucht werden zum Bösen weil er hat keine Lust er hat keine Not nach Gewinn hat doch alles es gibt nichts mehr was man haben kann wie Gott hat dann wenn wir Menschen Gott wären kämen wir zum ja in den Zustand bedürfnislos zu sein aber das können wir nicht weil wir sind Geschöpfe wir haben klare vorgegebene Bedürfnisse die befriedigt werden müssen deshalb ist der Mensch versuchbar zum Bösen aufgrund der guten Dinge die Gott in uns hineingesetzt hat so könnten wir auch uns vorstellen dass überhaupt die Sünde hervorkommen könnte dass jemand bis Satan nicht zufrieden war wie auch immer das entstand aber in Gott kann keine Unzufriedenheit mit sich selbst auftreten in Gott gibt es keine Veränderung kein Mangel keine Finsternis nichts er ist alles in allem in allem und er tut alles für seine Geschöpfe deshalb ist auch dieser große Kampf der dann standen ist mit dem Fragezeichen zwar geht es um Gottes Wesen aber es geht nicht um das Leben Gottes weil Gott kann leben ohne uns super er liebt sie lässt den anderen verloren gehen und die Konsequenz eines Handelns tragen weil Gott muss so sein ist so er kann ohne mich im Himmel gut existieren und er kann sich die alle Ewigkeit freuen auch ohne mich dort aber er will um meine Willen um meiner Freude Willen Willen mich dort haben weil sein Wille ist meine Freude sein Wille ist das dass es mir gut geht sein Wille ist das dass ich erfüllt werde und die Bedürfnisse mit denen er mich gemacht hat dass die zu einer Befriedigung kommen all die Ewigkeit hin Gott freut sich an seiner Schöpfung um der Schöpfung halben nicht um seiner selbst deshalb kann egal was passieren um ihn herum er wird nie versucht werden um seine Willen etwas zu tun weil er ist nicht böse Gott sucht nicht selbst er sucht immer das Wohl seiner Geschöpfe deshalb lasst uns diesen Gedanken hier abschließen und ein für allemal verstehen Gott ist für uns und er kann nicht gegen uns sein wir selbst sind gegen uns wenn wir seine Gebote übertreten wir selbst sind gegen uns wenn wir Dinge tun die gegen das Leben sind Gott hat uns diese Verantwortung gegeben er ist nicht verantwortlich was ich tue den Gedanken müssen wir auch noch später ein bisschen behandeln aber es ist entscheidend dass wir verstehen Gott ist selbstlos er ist nicht versuchbar zu bösen und wenn er sich die mühe gibt hier auf dieser Erde und im Himmel im Heiligtum um das Fragezeichen auszulöschen dann geht es ihm nicht um sich sondern um seine Geschöpfe sie sind abhängig von ihm nicht er von ihnen mit nichts ist Gott von seiner Schöpfung und von seinen Geschöpfen abhängig das ist absolut wir als Geschöpfe sind es die ihn brauchen ich bin es der das Fragezeichen aus seinem Kopf weg haben muss um mein Leben willen nicht um sein Leben willen so kommen wir jetzt zu dem Punkt wenn Gott also für sich nichts tun muss wenn er immer nur um zugunsten seines seiner Geschöpfung seiner Geschöpfe wirkt jetzt wird er angegriffen und jetzt kommt der Große die Auseinandersetzung und er muss dem Menschen die Wahl geben deshalb bringt er ihn im Garten Eden dass er nur an einer einzigen Stelle wo er sicher ist dass der Mensch auch stehen kann falls dort der Teufel ihn versucht da grenzt er sozusagen das Böse am Menschen ein weil dieser in einer niedrigeren Position ist mental wie der Böse so lässt Gott zwar und tut den Baum dorthin weil das ist Pflicht dass er das tut aber nicht um den Menschen in die Sünde zu bringen sondern um den Menschen von der Sünde zu bewahren um nur da einen einzigen Weg einzulassen damit er angefochten wird wir haben ja letztes Mal gesehen der Mensch fällt und jetzt kommt er in eine große Not jetzt bekommt er anstelle der Wahrheit des guten Auges bekommt er jetzt die das böse Auge und jetzt ist auf einmal die Situation so dass Gott das Problem ist Gott ist jetzt derjenige der angeschuldigt wird als Gott frägt die Eva den Adam und fragte wo bist du da steht so geschrieben ab Vers 10 oder lege ich auch noch 9 da rief Gott der Herr den Menschen und sprach wo bist du und er antwortete ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich denn ich bin nackt darum habe ich mich verborgen da sprach er wer hat dir gesagt dass du nackt bist hast du etwa von dem Baum gegessen von dem ich dir geboten habe du solltest nicht davon essen da antwortete der Mensch die Frau die du mir zur Seite gegeben hast die gab mir vom Baum und ich aß da sprach Gott der Herr zu der Frau warum hast du das getan die Frau antwortete die Schlange hat mich verführt da habe ich gegessen so wer ist jetzt schuld an dem ganzen schlamassel wer ist jetzt der der angegriffen wird Gott wird angegriffen genauso wie die Schlange Gott angriff wie Satan wir hier der Mensch jetzt Gott an und sagt ja du bist ja selber schuld hättest du das und das nicht getan dann wäre das nicht geworden aber schaut was für einen super Plan Gott gemacht hat um den Menschen daraus zu holen da sprach der Herr zur Schlange weil du dies getan hast so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen was verheißt Gott hier der Schlange die Schlange hat ja jetzt den Sieg Errungen über den Menschen Satan triumphiert er hat ich sag jetzt mal von meiner Perspektive aus von den hundert Welten hat er einen geschafft in die Sünde zu fallen und er ist überaus glücklich und triumphiert und Gott verspricht jetzt dem Satan dass genau das was er verführt hat ihm den Kopf zertreten wird das heißt die Menschheit die er unter seine Herrschaft bekommen hat wird ihm das Genick brechen er verheißt eine Feindschaft und er verheißt dass ein Same kommen wird der Same der Frau wird kommen und das ist niemand anders als ein Mensch und er wird dir die Macht wegnehmen ja du wirst ihn zwar in die Ferse stechen aber er wird dir den Kopf zertreten dein Ende Schlange dein Ende Satan kommt durch das was du verführt hast weil ich werde etwas tun das den Kampf umdreht das zeigt dass aus dem Besiegten wird ein Sieger aus dem dem du jetzt triumphierst der wird dein Ende machen der wird es tun der Same des Weibes und wir wissen wer der Same des Weibes ist wir wissen dass es Christus ist aber lasst uns auch da nicht nur den kurzen Blick haben sondern den gesamten Blick es ist Christus der den Sieger ringt der kommt und allen Anfechtungen widersteht aber dieser Christus kommt um nicht nur quasi für sich als Same als 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 ja Same des Weibes Satan zu überfinden sondern er kommt um diesen Sieg auszuweiten auf jeden der an ihn glaubt auf jeden der an ihn glaubt und der erste der satan besiegt war abel satan satan konnte ihn zwar töten aber dennoch hat abel durch die gnade gottes satan besiegt er hat war gott gehorsam nicht so wie kein da lautet die versuchung sagt gott dem kein an der tür sie sie will dich sie will dich zerstören gehorche nicht da kein fällt der abel siegt der henoch siegt durch christus und er langt einen völligen sieg über satan es war christus der am kreuz dem satan den kopf zertrat und die schlange in die ferse stach aber es ist auch der same der aus christus kommt der dasselbe voll bringt das ist eine bildersprache lasst uns sie lesen ein wenig im römer 8 römer 8 spricht von diesem kampf zwischen dem guten augen und dem bösen dem geist und des dem fleisch und er sagt hier ab vers 18 denn ich bin überzeugt dass die römer 8 vers 18 denn ich bin überzeugt dass die leiden der jetzigen zeit nicht ins gewicht fallen gegenüber der herrlichkeit die an uns geoffenbart werden soll und jetzt könnte man meinen die herrlichkeit die an uns offenbart werden soll ist jetzt das ewige leben aber schaut was er meint denn die gespannte erwartung der schöpfung sehnt die offenbarung der söhne gottes herbei das heißt hier geht es um mehr die söhne gottes wer sind die söhne gottes sie sind hier beschrieben ich lese vielleicht ab was 28 im selben kapitel wir wissen aber dass denen die gott lieben alle dinge zum besten dienen denen die nach dem vorsatz berufen sind denn die er zuvor er sehen hat die hat er auch vorher bestimmt dem ebenbild seines sohnes gleich gestaltet zu werden damit er der erstgeborene sei unter vielen brüdern das heißt mit der verheißung des samens der dem bösen den kopf zertritt und er sticht ihm in die ferse ist christus gemeint als erstgeborener unter vielen brüdern sie werden ihm nämlich folgen auf seinem wege wohin er auch hingeht deshalb wartet und ihr seht den zusammen der paulus hat es genauso gut wie jakobus verstanden die 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 verbindung zwischen anfechtung denn ich bin überzeugt dass die leiden der jetzigen zeit nichts ins gewicht fallen gegenüber der herrlichkeit die an uns geoffenbart werden soll stellt euch vor ein mensch wird zum sieger die ganze schöpfung wartet hat ein großes ziel und das ist die offenbarung der söhne gottes man könnte sagen es sind die erstlinge seine kreatur auf die die welt wartet auf die die ganze schöpfung wartet dass sie erfüllt wird es sind die die reifung der ernte es sind die die mit dem lamm auf dem berg ziehen stehen und nicht umsonst sagt dort die schrift sie folgen dem lamm nach wohin es auch geht dieses nachfolgen ist nicht ein nachtappen hinter christus es ist die erfahrung die sie auch haben so wie christus sie hat sie laufen sie gehen dem lamm nach sie haben derselbe denselben sieg des lammes sie überwinden sie überwinden das fleisch durch die kraft christi durch den glauben durch seine gnade überwinden sie das sündige auge das böse auge und sie werden zu tätern des wortes und ihr wisst das wort in der bibel ist das gesetz jakobus bringt es dann weiter und zeigt es dass das wort wenn man von wort sprach dann machte man früher genau diese assoziation man machte die verbindung das ist das gesetz gottes deshalb sind es die worte die gott sprach persönlich von dem berg lai dort und der täter des wortes sind die erfüller des gesetzes gottes sie sind die offenbarung des sieges aus einem gefallenen aus einem gefangenen wird einer der gefangenen nimmt in dem bild des versöhnungstages muss dass der bock für azazel in die wüste gebracht werden nachdem auf ihn alle sünden getan werden dieser bock für azazel der den satan versinn bildet er wird von einem menschen dahin gebracht er der den menschen einst besiegte wird nun von einem menschen besiegt es ist nicht ein fantastischer lösungsplan die gnade gottes macht es möglich dass aus einem versager ein überwinder wird ich finde den gedanken phänomenal ich finde diesen plan außerordentlich schön wir müssen nicht in dem verlust bleiben wir müssen nicht in der sünde beharren wir können überwinder werden durch das blut des lammes oh wie fantastisch jetzt alle texte der bibel zu verstehen sind wenn in offenbarung zwölf der sieg der kampf geschrieben wird wo der schlange kommt der drache und versucht die die saad den samen zu zerstören und vielleicht lese ich es weil es so schön ist und hier in kapitel zwölf vers elf in offenbarung und die haben ihn überwunden und die haben ihn überwunden um des lammes blut um des blutes des lammes und um des wortes ihres zeugnisses willen und haben ihr leben nicht geliebt bis in den tod ja in vielen fällen haben sie hat der satan sie getötet sie getötet der abel starb und dennoch starb er als sieger aber das schöne im plane gottes ist dass die letzte generation die letzten die offenbarung der söhne gottes nicht endet mit einem sieg das satan ihnen was antun kann nein diese gehen durch eine schwierige zeit aber sie erreichen dass er ihnen nicht einmal ein haar sagt christus in matthäus 24 wird ihnen gekrümmt werden weil sie sind sieger und sie gehen in den sieg ein ohne dass die schlange sie beißt in den tod hinein sie müssen nicht mehr sterben sie werden umgewandelt aus dem verweslichen wird was unverwesliches sie sind aus dem tode zum leben hindurch gedrungen ohne dass sie den leiblichen tod erfahren musste das ist ein phänomenal plan gottes um seinet willen nein um unser willen er möchte das böse überwinden durch die kraft seiner liebe und die 144.000 diese erstlinge unter der kreatur gottes sie sind es mit denen das ende und der endgültige sieg abgeschlossen wird ihnen konnte niemand mehr misstun und damit beweist gott dass sein charakter gut ist und dass der mensch nicht fallen musste er musste nicht in sünde kommen so lasst uns das zusammenfassen der plan der lösung sieht vor dass der mensch der in sünde gefallen ist zum sieger wieder wird ja er könnte ohne dass gott mensch wird das nie mehr schaffen aber gott hat diesen weg gefunden dass er mensch wird und an uns und für uns den sieg erringt den er dann aber auch in uns erringt als beweis dass es funktioniert dass adam hätte nie sündigen müssen und dass jemand noch für schwächer wie adam den sieg erringen kann über die schlange ganz egal in welche anfechtung er kommt oder nicht ganz egal in welche versuchung und was auch immer aus ihm versucht gefordert zu sein denn er überwindet weit durch christus möchte hier aus dem buch in den gedanken vom berg der seligpreisungen dieses lesen so christus war derjenige auf diese welt kam als der same des weibes um im kampf zu bestehen deshalb als er getauft wurde trieb ihn der geist gottes in die wüste nicht damit gott ihn dort versucht nein damit gott ihn dort vorbereitet für die versuchung weil er kam ja um einen kampf zu kämpfen und den sieg zu erringen alle hoffnung des menschen lagen in christus nur in ihm konnte der sieg vollkommen sein abel siegte nicht durch sich henoch siegte nicht durch sich elia siegte nicht durch sich mose siegte nicht durch sich alle die gesiegt haben haben gesiegt aufgrund des opfers christi aufgrund seines sieges über den bösen und deshalb kam er und musste durch anfechtung gehen die hat nicht der vater für ihn gemacht das war wie sollte denn satan sonst überwinden wenn gott ihm nicht die möglichkeit gebe dass satan ihn angreift wie soll er ihn überwinden so lasst uns das anschauen wie schön das ist weil es geht um uns jetzt wie wir die anfechtung sehen kommt sie jetzt von gott oder kommt sie nicht von gott wie funktioniert das zusammen weil wir sind immer noch bei diesem gedanken den ich versuche zu erklären ich lese hier abseite 96 in diesem im originalen steht auf seite 71 im englischen mount of blessing 71 das ganze irdische leben jesu war eine offenbarung dieses grundsatzes es geht hier dass es um den den kampf geht es geht um den bibeltext aus matthäus 5 widerstrebet nicht dem übel sondern so der jemand einen streich gibt auf seine rechten backen dem biete den anderen auch dar es geht um den kampf zu stehen in der anfechtung und nicht böse zu reagieren auf böse und so hat jesus immer mit gutem reagiert auf das böse er konnte nicht versucht werden werden obwohl er versucht wurde er hatte diese versuchung nie stattgegeben dass er böses mit bösem vergeht deshalb sagt sie hier das ganze irdische leben war eine offenbarung dieses grundsatzes hat sich nicht gewährt gegen das böse hätte er judas gewährt ihn zu küssen hätte jesus gesündig aber er hat ihm nicht gewährt er hat ihn gelassen dass er ihn mehrmals küsst auf seine haut heuchlerisch er verließ sein himmlisches heim um seinen feinden das brot des lebens zu bringen ich habe mir diesen satz vor kurzem gelesen und er fiel mir ins gesicht wie ein wie soll ich sagen wie ein feuer ich sagte was warum kam christus auf diese welt um seinen feinden das brot des lebens zu bringen wie weit sind wir davon wie weit sind wir dass wir das brot des lebens etwas gutes unseren feinden tun nicht nur nicht mit ihnen kämpfen nicht nur nicht passiv sein und geschehen lassen sondern ihnen das brot des lebens bringen er verließ sein himmlisches heim um seinen feinden nicht freuen er nannte sie zwar freunde aber sie waren ihm gegenüber feinde das brot des lebens zu bringen und obgleich sich von der krippe bis zum grabe verleumdung und verfolgung über ihn häuften so riefen sie nur den ausdruck der vergebenden liebe in ihm wach das war das bild des vaters das war die herrlichkeit die auch der mensch in eden und jedes geschöpf das ein moral hat tragen soll das bild des vaters das heißt nichts kann in dir etwas anders erregen als die vergebende liebe gottes nichts kann anders was in dir hervorkommen außer diese eine liebe gottes ich lese den satz noch einmal er verließe ein himmlisches heim um seinen feinden das brot des lebens zu bringen und obgleich sich von der krippe bis zum grabe verleumdung und verfolgung über ihn häuften so riefen sie nur den ausdruck der vergebenden liebe in ihm wach das ist doch unsere zukunft müssen wir verleumdung durchgehen ja wir haben gesehen sie müssen unseren mangel hervorrufen in jesus wurde kein mangel gefunden jede anfechtung hat ihn nicht schwächer sondern stärker gemacht er kam siegreich heraus weil er kam nicht um sich dienen zu lassen sondern zu dienen er kam nicht um mit seinen feinden zu kämpfen sondern er kam ihnen um das brot des lebens zu bringen möge gott uns helfen dass wir das verstehen damit wir sie in unserem leben umsetzen können ich überspringe ein wenig und lese weiter des vaters gegenwart umgab christum und ihn traf nichts als was die unendliche liebe zum segen der welt zuließ hier war die quelle des trostes für ihn hier ist sie auch für uns wer vom geiste christi erfüllt ist bleibt der streich der auf ihn gezielt wird fällt auf den heiland der ihn mit seiner gegenwart umgibt was auch über ihn kommt es kommt von christus er braucht dem bösen nicht zu widerstehen denn christus verteidigt ihn nichts kann ihm geschehen es sei denn der herr gibt es zu und wir wissen dass denen die gott lieben alle dinge zum besten dienen denen die nach dem vorsatz berufen sind so lasst uns mal dieses zitat aufmalen weil wenn wir uns das nicht aufmalen können wir es wirklich nicht verstehen in seiner weit reiche wenn das jetzt hier christus ist als mensch wenn christus das ist als mensch und er kommt auf diese welt und es sagte der die gegenwart des vaters umgab ihn ist der vater und außerhalb des vaters da ist satan oder der teufel oder die alte schlange wie auch immer wir es nennen und hier sind natürlich auch die menschen sie werden von satan benutzt um auf christus einzudringen um ihn zu versuchen sie sind agenten des bösen wo sie er doch so ja irgendwie etwas böses tut aber christus steht in dem schutz des vaters und er sieht dass wenn der vater hier satan auf ihn zukommen lässt in der wüste das zum besten von christus ist und zur erlösung der menschheit gott gott arbeitet mit satan nicht zusammen aber ihr müsst euch das so vorstellen satan rennt wie ein brüllender löwe sagt der apostel petrus der ein bisschen einblick hatte darin und herum und sucht wenn er verschlinge wir finden in der geschichte hiob den selben kreis satan will an hiob dran hier ist der hiob und er sagte du beschützt ihn ich komme nicht dran an ihn ja gott musste nach wir nachdem wir den sünde gefallen sind und wir sklaven wurden des satans musste durch seine gnade kommen und einen ring um uns machen und sagen trotzdem er ist ein sklave geworden aber ich werde nur das zulassen was er auch überwinden kann auch danach deshalb musste kein nicht das falsche opfer bringen kein hätte genauestens auf gott hören können kein hätte nicht müssen kein hätte nicht müssen sündigen kein hätte überwinden können durch was durch die gnade die vorrätig war ich lese hier im vers 6 in kapitel 4 und der herr sprach zu kein warum bist du so wütend und warum senkt sich dein angesicht so hier im ersten buch mose kapitel 4 vers 6 steht das warum ist der kein wütend ist es nicht so wenn du gutes tust so darfst du dein haupt erheben wenn du aber nicht gutes tust so lauert die sünde vor der tür und ihr verlangen ist auf dich gerichtet du aber sollst über sie herrschen der 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 jacobus zitiert es fast genauso er sagt niemand sage dass wenn er versucht ist er von gott versucht ist denn jeder einzelne wird versucht wenn er von seiner eigenen begierde begierde gereizt und gelockt wird danach wenn die gebärde empfangen hat gebiert die sünde die sünde aber wenn sie vollendet ist gebiert den tod so es ist es ist dasselbe beschrieben hier das gott zu ihm sagt wenn du gutes tust so darfst du dein haupt erheben wenn du aber nicht gutes tust so lauert die sünde vor der tür und ihr verlangen ist auf dich gerichtet das heißt du bist jetzt in versuchung du kannst aber überwinden ich habe nämlich einen kreis um dich gemacht ich habe ein mittel für dich geschaffen dass du nicht der sünde anheimfällst auch wenn sie dich reizt auch wenn du gelockt wirst von deinem eigenen schlimmen auge wenn dein herz dich versucht zu betrügen ich habe dir eine möglichkeit gegeben zu widerstehen dasselbe sagte jakobus in kapitel 4 wenn er sagt vers 7 und 8 so unterwerft euch nun gott widersteht dem teufel so flieht er von euch so das heißt wir müssen versucht werden weil wir ja in diesem großen kampf stehen aber gott macht einen schutzwahl um uns herum so dass wenn die versuchung durchkommt wir sie auch überwinden können aber wir müssen nicht im ersten korinther 13 10 steht der grundsatz dass keine versuchung es ist 10 13 es ist kapitel 10 13 ersten korinther 10 13 es hat euch bisher nur menschliche versuchung betroffen gott aber ist treu er wird nicht zulassen dass ihr über euer vermögen versucht werdet sondern wird zugleich mit der versuchung auch den ausgang schaffen dass ihr sie ertragen können so gott ist mit uns in der versuchung so wie mit jesus war um uns zu helfen aber wir müssen und haben eine verantwortung wir müssen auch bestehen in der versuchung so gott weckt alles ab ich muss nicht mich wehren gegenüber der versuchung ich weiß sie kommt von satan aber letztendlich ist sie von gott durchgelassen und sie dient mir zum besten entweder sie offenbar einen mangel denn mir gott offenbar muss er kann nicht anders oder ich bestehe in der versuchung und werde stärker so jesus betrachtete dass alle anfechtungen die auf ihn zukommen von menschen oder von dem satan von gott kamen und so wehrte er sich nicht gegen die versuchung so wie wir es tun wir haben gesehen in der zweiten stunde wir versuchen mit den umständen zu kämpfen jesus hat es nicht getan er hat dem bösen nicht widerstand in dem sinne dass er sich sich gewährt hat gegen die sache gegen den umstand er ist im umstand in der dem frieden gottes gewesen aus ihm konnte nur die vergebende liebe gottes herauskommen und genau das hat hiob getan so hat hiob nicht der satan zur verantwortung gezogen dass ihm so schlecht geht sondern gott weil er sagte es kommt vom vater hiob ging durch etwas wo ihm seine augen ziemlich verschlossen waren es ist ein ähnliches ereignis wo die 144.000 draus durchgehen werden wo sie verschlossen haben ihre augen wo sie wo wo es denn anschein hat gott hat sie verlassen es war ja auch das hiob seine sache er sagt gott gott ist mein feind geworden aber gott war nicht sein feind gott hat nur den hiob etwas geschafft für uns dass wir ein bild haben um zu überwinden und so können auch wir christus hiob und ich wir stehen alle unter dem schutz des vaters oder wie hier steht sind wir in christus dann kommt die erste schlag den ich kriege aufs gesicht der fällt auf christus so das müssen wir verstehen die anfechtung die versuchungen sich kommt nicht von gott aber wir müssen damit wir frei werden von unserer blindheit und damit wir bestehen in großen kampf versucht werden so lässt es gott nur so viel zu wie es uns zum besten dienen kann er kann für mich nicht entscheiden das kann gott nicht diese aufgabe habe ich deshalb kann ich in der anfechtung fallen oder siegen aber auch wenn ich falle kann ich wieder aufstehen und den sieg davon klagen nicht dass ich dann immer wieder an derselben stelle falle nicht so wie ich früher vor meiner bekehrung da konnte ich nicht überwinden meine süchte und ich fiel immer wieder in sie hinein das war kein sieg den sieg habe ich nach meiner bekehrung da muss ich nie mehr in meine sucht fallen aber ich habe andere dinge süchte sind nicht das schwierigste zu beheben es ist das blinde auge sind neid und eifersucht und 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 habsucht stolz egoismus das sind die dinge die überwunden werden müssen in unserem leben die sind weit schlimmer wie jede sucht da ist das die sucht nichts dagegen und so muss gott mir die dinge offenbaren und zulassen in meinem leben deshalb können wir die anfechtung wenn sie auf uns zukommt die versuchung ob es jetzt versteht ihr jeder versuchung oder anfechtung sind wir immer geneigt das gute oder schlechte zu tun wir können richtig oder falsch handeln mit guter absicht ganz egal wie die absicht ist das handeln zählt das handeln zählt und christus handelte immer mit der vergebenen liebe seines vater ganz egal was auf ihn zu kann deshalb lasst uns diesen gedanken abschließen und zum ende kommen gott hat uns gemacht in seinem ebenbild gott ist gut und er ist nur gut als die sünde hineintrat wurde jeder ausgesetzt der anfechtung des satans und gott machte den menschen mit einer moralischen verpflichtung verpflichtung tier sind nicht im anfechtung satans ausgesetzt weil sie haben keine moralischen verpflichtungen deshalb gilt für sie kein es vom baum oder nicht aber der mensch wurde als moralisches wesen im ebenbild der gottes geschaffen und so hat gott ihn gelassen dass er versucht wird aber nicht an einer stelle wo er nicht stehen könnte und als der mensch ein sklave der sünde wird auch da lässt er ihn nicht dass satan ihn ganz einnimmt sondern sagt ich habe ein mittel gefunden die gnade ich werde feindschaft setzen zwischen dem dem weibe und dem samen des weibes und er wird dir den kopf zu treten und du wirst ihn in die ferse stechen so er macht auch hier den menschen nicht zu einem endgültigen sklaven sondern gibt ihm eine chance aus der sklaverei rauszukommen ja nicht nur rauszukommen sondern den sklavenhalter zu besiegen deshalb müssen wir durch anfechtung gehen deshalb musste christus einen vollkommenen charakter durch das was er litt erleiden deshalb müssen wir als kinder gottes besonders wir in den letzten tagen dieser weltgeschichte durch schwierigkeiten und schwierigkeiten und schwierigkeiten gehen bis der sieg errungen ist aber gott wird die schwierigkeiten nur so zulassen wie wir sie auch überwinden können und mit jeder schwierigkeit hat er auch einen ausweg aus ihr gefunden wir werden dann in der nächsten stunde uns wegen nach dem ausweg ausschauen dass wir sehen wie kommen wir welches ist das mittel gottes das uns aus der versuchung siegreich herausbringt und auch wenn wir gefallen haben auch den fall dennoch in sieg um wenden können und uns nicht lassen so wie der gerechte fällt siebenmal er steht wieder auf bis der sieg vollendet ist so müssen wir gegen die anfechtung an kämpfen müssen wir den fehler fallen dass unser eigenes blindes auge gegen die umstände vorgeht nein nehmen wir doch die umstände als kommen sie von gott er lässt den satan so viel uns versuchen wie wir tragen können er ist der schutzwald nicht der versucher aber wir leben in diesem kampf und so korrigiert so kontrolliert gott den kampf dass er nicht einseitig ist so dass er ausgeglichen ist dass der mensch schritt für schritt zum sieger werden kann ich hoffe wir konnten das verstehen dass alle dinge die auf uns zukommen von gott kommen ob sie uns nun in diese lage oder die andere lage ist sie sind zu unserem besten deshalb kämpfen wir nicht gegen sie wir kämpfen nur damit wir in ihnen richtig stehen möge uns gott diese gnade geben ein klares bild von gott zu haben und eines tages so gott ähnlich zu sein in unserem herzen dass wir das dass wir seine liebe in jedem umstand zum vorschein bringen dann sind wir nicht mehr versuchbar zum bösen das möchte ich möchte das kein böses wort kein unüberlegte sache keine unüberlegte tat kein unüberlegter gedanken mehr aus mir herauskommt der nicht die unterschrift der vergebenen liebe jesu beinhaltet gott möge uns gnade schenken und zeit damit wir den siegern und ich glaube dass er beides tun wird am 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 das ist 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 wir gibis Vielen Dank.